Ostern ist Balsürsähne für Opa, Kegel und Kind, weil da die blauen Kähne frisch gestrichen sind. Und beim Eiersuchen hört man im Wäldchen von weit schon die Kinderlein fluchen um die Mittagszeit. Unter dem Laub an den Tischen erzählen wir, wie komisch es war. Und nach Ivry zum Fischen gehen wir das nächste Jahr. Und nach Ivry zum Fischen gehen wir das nächste Jahr.